Ja Leute, was mir noch eingefallen ist, und zwar, kennt ihr das, wenn man einfach nur nachts im Bett liegt, na gut, es ist zwar nicht kalt, aber kennt ihr das, äh, nicht kalt sag ich, nicht warm, also nicht so heiß wie im Sommer, aber kennt ihr das, man liegt nachts im Bett und kann einfach nicht einpennen, ich hasse das, boah Leute, ihr glaubt nicht, wie ich das hasse.